Hi liebe OV-Freunde, wie wichtig das Vorlesen und besonders auch das Lesen bei jungen Menschen ist, hat kürzlich erst eine Studie belegt. Die OV und die LZO haben ein Projekt ins Leben gerufen mit dem Namen Medienprofi, wo Lesen auch eine besonders wichtige Rolle spielt. Wobei es bei dem Projekt genau geht, erklärt euch jetzt OV-Redaktionsleiter Ulrich Sofner. Ja, beim Medienprofi geht es darum, die Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler und auch ihre Recherchefähigkeit im Internet zu fördern. Das ist beides sehr entscheidend, auch für ihr späteres Berufsleben. Deshalb engagieren wir uns da als Lokalzeitung ganz besonders. Das Projekt ist als kreisweites Recherchespiel angelegt, bei dem die Schülerteams am Ende wertvolle Preise auch gewinnen können. Die erste Runde läuft dann jetzt im Dezember. Und heute hier bei Sextro in Eute, da erklären wir den Lehrerinnen und Lehrern und den Schülerinnen und Schülern, wie das Projekt konkret abläuft. Und dann geht es bald los. Vielen Dank.